Jemand von euch hat sich ein Video über das Verb gelten gewünscht. Das ist ein häufiges Verb, das aber je nach Verwendung unterschiedliche Bedeutungen haben kann. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Viel Spaß! Schauen wir uns erst einmal kurz zur Erinnerung die Formen von gelten in den verschiedenen Zeiten an. Ich gelte, du giltst, er gilt, wir gelten, ihr geltet, sie gelten. Im Präteritum er, sie, es galt. Und im Perfekt kommt ein O ins Spiel. Er, sie, es hat gegolten. Das Verb gelten ist verwandt mit dem Adjektiv gültig. Und das ist auch ein guter Hinweis auf die grundsätzliche Bedeutung dieses Verbs. Wenn etwas gilt, dann ist es gültig. Es hat Gültigkeit. Zum Beispiel in Mein Reisepass gilt noch bis 2025. Das bedeutet einfach, mein Reisepass ist noch bis 2025 gültig. Bis dahin wird er noch offiziell anerkannt. Bis dahin kann ich ihn benutzen. Oder In der Hamburger Straße gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km h für alle Fahrzeuge. Die offiziell gültige Höchstgeschwindigkeit in dieser Straße ist 30. Schneller darf man dort mit seinem Fahrzeug nicht fahren. Dieses Gesetz gilt in ganz Europa. Dieses Gesetz ist für alle Menschen in Europa gültig. Alle Menschen in Europa müssen sich daran halten. Mit etwas gilt drücken wir also aus, dass etwas anerkannt ist oder wirksam ist. Oft in einem rechtlichen Zusammenhang. Wie hier bei den Gesetzen. Aber auch wenn wir allgemeiner über Regeln sprechen, passt dieses Verb. Wir könnten sagen, welche Regeln gelten im Fußball? Oder welche Regeln gelten beim Schach? Wenn wir also über Sportarten oder Spiele sprechen und die Regeln, die man dabei beachten muss. Schauen wir uns mal einen etwas anderen Satz an. Viele Obstsorten kann man mit Schale essen. Das gilt auch für Birnen. Damit sage ich, die Aussage, dass man viele Obstsorten mit Schale essen kann, stimmt auch für Birnen. Auch bei Birnen ist diese Aussage richtig. Birnen kann man auch mit Schale essen. Diese Konstruktion, etwas gilt für jemanden oder etwas, die sieht man in dieser Bedeutung recht häufig. Hier ist noch ein Beispiel. Viele Dinge werden teurer. Das gilt auch für Lebensmittel. Also, die Aussage, viele Dinge werden teurer, trifft auch auf Lebensmittel zu. Diese Aussage stimmt auch bei Lebensmitteln. Vor ein paar Tagen, da hat WhatsApp nicht mehr funktioniert. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen. Und die Tagesschau, die schrieb dazu, die WhatsApp-Störung betraf offenbar ganz Deutschland. Aber auch andere Länder schienen von der Störung betroffen zu sein. Das galt sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones. Also, auch in anderen Ländern hat WhatsApp nicht funktioniert und diese Störung gab es nicht nur bei Android-Smartphones, sondern auch bei iPhones. Ein weiterer Ausdruck ist, etwas gelten lassen. Das bedeutet, dass man etwas als gültig betrachtet oder dass man etwas akzeptiert. Stellt euch zum Beispiel eine Prüfungssituation vor und der Prüfer sagt, Ihre Antwort auf die Frage war nicht hundertprozentig richtig, aber ich lasse sie gelten. Damit sagt er, Na ja, Sie haben die Frage nicht hundertprozentig korrekt beantwortet, aber ich trage sie nicht als Fehler ein. Die Antwort war nicht perfekt, aber so gut, dass ich sie als richtig betrachte. Ich lasse diese Antwort zu. Ich erlaube diese Antwort. Hier ist noch ein etwas anderes Beispiel. Entschuldigung, ich bin zu spät zum Unterricht gekommen, weil mein Hund krank ist. Na gut, diese Entschuldigung will ich ausnahmsweise mal gelten lassen. Das bedeutet, normalerweise darf man nicht zu spät zum Unterricht kommen. Es gibt für mich eigentlich keine Entschuldigung dafür. Aber wenn dein Hund krank ist, ist das ausnahmsweise eine Entschuldigung, die ich akzeptiere. Oder hier, Kritik an seinem Verhalten lässt Marius nicht gelten. Marius akzeptiert also keine Kritik an seinem Verhalten. Er denkt, dass er sich richtig verhalten hat. Und wenn ihn jemand kritisiert, sagt er, nein, diese Kritik ist nicht gültig für mich, die stimmt nicht. Ein weiterer Ausdruck, in dem das Verb gelten oft benutzt wird, ist, jemand oder etwas gilt als etwas. Schauen wir uns mal zwei Beispiele an. Der Hund gilt als der beste Freund des Menschen. Und sie gilt als die bedeutendste Schriftstellerin des zwanzigsten Jahrhunderts. Jemand gilt als etwas bedeutet, jemand wird als etwas beurteilt. Wir könnten auch sagen, sie wird als die beste Schriftstellerin des zwanzigsten Jahrhunderts angesehen. Oder man sagt, dass der Hund der beste Freund des Menschen sei. Man drückt damit also aus, wie jemand eingeschätzt oder beurteilt wird. Wie jemand normalerweise beschrieben wird. Es geht hier aber nicht immer um Personen. Schauen wir uns noch ein paar Beispiele an. Diese Krankheit galt lange als unheilbar. Also, über diese Krankheit wurde lange gesagt, dass sie unheilbar sei. Man ging davon aus, dass sie unheilbar war. Man beschrieb die Krankheit normalerweise als eine unheilbare Krankheit. Oder es gilt als unwahrscheinlich, dass Apple nächsten Monat ein neues iPhone vorstellt. Diesen Satz könnte man anders formulieren, indem man sagt, Experten halten es für unwahrscheinlich oder es wird als unwahrscheinlich angesehen, dass Apple nächsten Monat ein neues iPhone vorstellt. Oder letztes Beispiel. Es gilt als sicher, dass die SPD die Wahl gewinnen wird. Die Einschätzung der Menschen ist, dass die SPD die Wahl gewinnen wird. Man geht davon aus, dass sie gewinnen wird. Ich kann gut verstehen, wenn die verschiedenen Formulierungen mit gelten am Anfang etwas verwirrend sind. Wenn ihr Mitglied von Deutsch mit Rieke seid, dann habe ich auf meiner Website ein Quiz für euch, mit dem ihr die Ausdrücke aus diesem Video üben könnt. Da findet ihr dann auch noch mehr Beispielsätze. Mitglieder bekommen außerdem die Skripte zu allen meinen Videos und können meine Videos als Podcast abonnieren. Wenn das interessant für euch klingt, dann klickt gerne mal hier oben oder auf den Link in der Videobeschreibung. Weiter geht's mit dem Ausdruck, etwas gilt jemandem oder etwas. Hier steht gelten also mit einem Dativobjekt. Zum Beispiel hier. Der Präsident hat gestern viel Beifall für seine Rede bekommen. Das stimmt nicht. Der Beifall galt dem Bundeskanzler, nicht dem Präsidenten. Der Beifall galt dem Bundeskanzler bedeutet hier, der Beifall, also der Applaus, das Klatschen, war für den Bundeskanzler bestimmt. Die Leute haben applaudiert, weil ihnen die Rede des Bundeskanzlers gefallen hat. Wir drücken hier also aus, auf welche Person etwas gerichtet ist, sozusagen. Für wen etwas ist. Dabei geht's aber meistens nicht um Gegenstände, um Sachen, die man anfassen kann. Schauen wir uns noch ein Beispiel an. Die Kritik, die ich gerade im Meeting geäußert habe, galt Herrn Schneider. Alle anderen haben großartige Arbeit geleistet. Also meine Kritik gerade im Meeting war für Herrn Schneider. Herr Schneider war der Empfänger meiner Kritik, sozusagen. Meine Kritik war auf Herrn Schneider gerichtet. Diese Bedeutung, etwas auf etwas richten, sehen wir auch in diesem Satz. Jana studiert Germanistik. Ihr Interesse gilt dabei besonders der neueren deutschen Literatur. Also Janas Interesse ist auf die neuere deutsche Literatur gerichtet. Sie interessiert sich besonders für die neuere Literatur. Dann haben wir noch den Ausdruck, es gilt etwas zu tun. Zum Beispiel hier. Frau Müller hat gekündigt, es gilt jetzt schnell einen Ersatz für sie zu finden. Ich habe ja vor ein paar Wochen ein Video über Synonyme für müssen veröffentlicht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, verlinke ich es euch mal unten in der Videobeschreibung und auch hier oben. Und der Ausdruck, es gilt etwas zu tun, der hätte eigentlich gut in das Video gepasst, denn wir drücken damit auch aus, dass etwas getan werden muss. Das Beispiel hier bedeutet, es muss jetzt schnell ein Ersatz für Frau Müller gefunden werden. Oder hier. Nach einem Unfall gilt es erst einmal, Ruhe zu bewahren. Also, wenn man einen Unfall hatte, muss man erst einmal ruhig bleiben. Man sollte sich nicht aufregen. Oder wenn ihr Portemonnaie gestohlen wurde, gilt es, schnell zu handeln. Sperren Sie sofort Ihre Kreditkarte. Sie müssen also schnell handeln, wenn ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Oder hier. Diese Dinge gilt es bei der Hundeerziehung zu beachten. Also, diese Dinge muss man bei der Hundeerziehung beachten. Achtung, dieser Ausdruck steht immer mit S und nicht mit irgendwelchen Personalpronomen oder Namen. In meiner Playlist Deutscher Wortschatz findet ihr noch mehr Videos über schwierige deutsche Wörter, zum Beispiel E, Ehe, Eher, Bloß, Doch, Eben oder Von wegen. Die Playlist verlinke ich euch hier. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über euren Kommentar. Danke und bis nächste Woche. Macht's gut!